hallöchen meine lieben let's play freunde das ist ein kleines info wieder zu dem let's play mafia ich werde das let's play mafia beenden ganz einfach weil es nicht mehr geht das spiel bei mir es läuft nicht mehr gescheit auf dem computer überall sind grafik vermischungen und sonst was drin die grafik wird nicht mehr gescheit angezeigt ich persönlich finde es schade dass ich das jetzt abbrechen muss aber dafür werde ich dann macht ja zwei machen weil das läuft nämlich auf meinem computer wieder so gesehen als kleine entschuldigung werde ich dann macht ja zwei mit allen die es immer mit allen die es die packs machen wie jos adventure jimmy's winter und dann irgendwas anderes dass ich hier aussprechen kann und ja dann sage ich erst mal tschüss bis denne